Oh, ich hätte Ira vielleicht hinkriegen lassen, weil... Ich hab gerade was gehört. Pssst, Geräusche. Pssst. Ruhe. Einfach nur ruhig bleiben, Leute. Geräusch. Ja, 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 ist gut. Japp. Wir müssen unsere Augen offen halten nach denen, die noch übrig sind. Japp. Ich will checken, was der für Loot hat. Der hat nichts für uns. Ja. Ich hab gerade was gehört. Nur einer. Können wir hier die Tür aufmachen? Leute, wisst ihr was? Japp. Guck mal bitte alle in die Richtung. Ja. Das ungute Gefühl, dass der Schalter ein paar Türen aufmachen wird. Ja. Ich bin bereit. Japp. Etwas schleicht hier herum. Mhm. Tatsächlich, ein paar Türen wurden aufgemacht. Die Armee. Die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Ira, erschreck mich doch nicht. Wie schaut mit einer Spaß aus? Auf die Distanz. Fühlt es gut aus. Fühlt es gut aus. Bin bereit. Fox. Vielleicht Pistole. Sehr gut. Schlaf. Ja. Ja gut, dann muss der Arsten rum. Das will ich mir näher ansehen. Oh, ne Typ 85. Geh wieder aufs Dach hoch. Vielleicht bekommen wir noch ein paar tolle Unterbrechungen. Ich hab gerade was gehört. War, war. Ego, auf der anderen Seite sagst du? Ich glaube, den Kopf triffst du nicht. Du triffst dich nicht einmal so. Geht doch. Soll ich ihm vielleicht den Rest geben? Wunderbar. Ja, Dächer sind schon was Feines. Feindberührung. Ja, du bist aber auch ein Eumel. Ja. Da. Bin bereit. Fox, wie schaut's aus? Oh, das sieht doch wunderbar aus. Sogar herausragend. Ira? Ah, du hast keine passende Waffe. Probier's trotzdem. Ja. Da. Ja. Da, da. Ja. Da. Ivan? Und von dir aus kannst du dich nicht mehr feuern. Na gut. Ist der gerade verblutet? Oder einfach nur umgekippt? Ich mag das Geräusch von. Wo hast du auch immer nicht? Psst. Geräusch. Da. Ja, der ist am Verbluten. Ivan, kannst du den Rest machen? Dankeschön. Здоров. Vielleicht warten wir hier noch eine Runde ab. Ich hab gerade was gehört. Was unter uns ist, ist eine ganze Menge Bewegung. Dankeschön. Dankeschön. Unsere Arbeit ist unvollendet. Feinde haben sich unter Teppich vergraben. Ich hab gerade was gehört. Psst. Geräusch. Erd. Bin bereit? Na komm, rücken wir mal nach unten ab. Da, da. Ja. Warum willst du da nicht hin? Gut. Vielleicht ist da irgendwas defekt an dem... Da, da. Doch. Psst. Geräusch. Ja, gut. Ich hab gerade was gehört. Yep. Hm. Ja. Ich weiß, dass die unter uns sind. Wir werden noch früh genug herausfinden, was es ist. Ja. Okay. Ob die da rauskommen? Da. Das auch wurde Zeit. Jetzt sehe Feinde. Bin bereit. Ja. Ja. Ira, Schrotflüten-Action? Das heißt, du nicht zweimal feuern kannst. Bin bereit. Da, da. Igor, du vielleicht. Hm. Nee, das haut so nicht hin. Nimm deine Mech 10. Und noch einer weniger. Sehr gut. Ich hab gerade was gehört. Das ist das Glück, haben die da alle rausgestürmt. Was war das? Ich hab keine Ahnung, Ira. Da, da. Warten wir noch eine Runde ab. Psst. Geräusch. Geräusch. Psst. Ach, so schlimm ist es auch wieder nicht, Ivan. So. Immer schon munter Kopfschmerzen verursachen. Äh, so wörtlich hab ich das mit den Kopfschmerzen auch wieder nicht gemeint. Ich glaub nicht, dass ich das unbedingt sehen musste. Ich glaub auch nicht, Fox. Vergessen wir das schnell mal wieder, dass das wieder passiert ist. Jetzt verschleicht hier rum. Scheiße. Ja. Spinnst du? Schieß dir einfach einen von uns an. Ah. Da, da. Igor, du musst dich mal verarzten. Und weiter. Da, da. Alle in meiner Familie waren gelehrige Schüler. Das freut mich, Igor. Etwas schleicht hier rum. Ich hab gerade was gehört. Da, da. Wir müssen unsere Augen offen halten nach denen, die noch übrig sind. Ich hab gerade was gehört. Etwas schleicht hier rum. Ja. Bin bereit? Ja. Ich hab gerade was gehört. Jasmin oder Jasmin? Komische Namen für einen Kerl. So, die Frage. Es will hier jemand mal kurz runter. Ära, du vielleicht? Ära, du vielleicht? Die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Au. Shit. Meine Knarre ist leer. Ja, das ist schlecht. Schaut mal hier. Ähm. Bis ich da nicht schauen wollen. Yep. Schaut mal hier. Ich muss da ganz dringend helfen. Und den Ding triffst du nicht? Vielleicht nicht auf den Kopf zielen sollen. Fox, kannst du irgendwas für mich machen? Bin bereit. Nein, Fox kann gar nichts machen. Versteck dich hinterm Baum. Das war unnötig allesamt. Igor, ist dort noch jemand? Nicht auf den ersten Blick. Ja. Ich glaube, wir haben eine Unterbrechung bekommen auf die Distanz. Wir werden sehen. Ja. Huh. Ivan, ich hoffe, du kannst irgendwas für Shadow machen. Du kannst tatsächlich was für Shadow machen. Das ist tatsächlich noch einer. Ja. Ja. Das will ich mir näher ansehen. Uiuiuiui. Uiuiui. Da, da. Moment. Kann ich das Ding in die Luft jagen? Nein. Zu nicht. Kann ich da runter? Ich habe gar nicht auf ihn geschossen. Ähm. Ein bisschen unnötig. Da läuft das Ganze. Da läuft das Ganze. Bin bereit. Ja. Ähm. Flick dich mal zusammen. Wobei nicht mit dem Arztkoffer. Den werden wir noch brauchen. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze. Wir haben uns dann hier agreement. Ich habe gelaratency. ich habe abattet. Ich habe 얼른 setzt sein. Ich habe aber es gut gemacht. Es geht aber nicht. Ich habe das Geld. Ja. Und ich habe etwas Kopf, das alles bewege. Ich habe das Wasser.